ja haudi und willkommen zurück bei red dead redemption 2 letzte folge haben wir eine jagd erfolgreich abgeschlossen und es geht jetzt gleich weiter mit einem zu überfall wir müssen jetzt mal den bill begutachten der auch alles richtig macht hier unten ist dann das billylein da steht auf jeden fall schon mal sein pferdchen er ist da drüben ich wollte einfach mal zu ihm ja da muss ich wohl doch absteigen ich nehme spule so und da hinten zum zünder hier schon weniger schnee hier wird sie grüner sehr hübsch nur wenn du das machst alles klar die ich habe ein bisschen gas einschlafen hier was was Er sagt, es ist alles gut. Wir werden bald herausfinden. Alles okay? Ich denke so. Okay, schau dir die Gesichter. Der Train muss jetzt hier in einem Moment sein. Hallo? Ich nehme mal den da. Was soll ich denn hier eigentlich machen? Ach, Objektrad. Okay. Ah, ah. Jetzt muss ich mir gerade mein verdecktes Gesicht noch angucken. Aber das werde ich noch früh genug sehen. Da. Boah, so halb geht's. Na toll. Ganz krass. Nein, was? Oh, du musst mich schocken. Wo hast du diesen Moral gefunden? Du sagst, es war alles gut. Das war mein Fuss. Komm! Du bist pathetisch. Du kennst das? Oh, du kennst das. Oh, du kennst das. Oh. 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 Halt mich ab! Ich hab dich! Jetzt stopp' zu schreien! So, ich muss er ziehen. Ja, ja! Wo ist Javier? Er hat er! Die anderen werden ihn bekommen! Du und ich, big man! Noch mal getrunken, dass vielleicht... Wir wollen aber besser aus dem Gegner. Können wir nicht vergessen! Es gibt noch einen Garten vor. Willst du ihn nehmen? Ups! Arthur! Wer geht? Ähm... Ja, mach was! Da vorne steht eigentlich CD. Ich treffe von hier nicht. Ja, jetzt soll ich vorgehen, oder was? Ne, nicht wegstecken. Sollen wir hochgehen? Oh! Oh! Schmerzen! Wir haben viele Schmerzen! Wir müssen besser da hochkommen! Jetzt wollen wir aber nicht mehr schleichen. Oh, sch**! Wir haben Unternehmen! Das wollen wir jetzt noch nicht, oder? Das ist der Teil. Was ist jetzt los? Hm? Wie, Lenny ist gestorben! Was steht da so blöd darum? Ich glaube, ich lasse das looten und... Leg die erst mal um. Anstatt der Entdeckung geht. Wieso darf ich dem nicht sagen, dass der Entdeckung soll? Oder darf ich dem das sagen und hab's nicht gesehen? Hm... Muss ich mal drauf achten jetzt. Gut. Ups. Was ist denn los? Wir müssen diesen Trenn aufhören! Aber den wird nicht hier. Ups. Oh, 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 oh. Ist nicht zu uns. Nein, du sollst hier nicht. Ich dachte, ich kann das dadurch suchen. Was ist das? Was ist das? Oh, sch**t! We got confidence! You shoulda been smart! We got trouble here! How the hell... ...we got trouble here! Natalie! Irgendwie... So, we got dead on this. We got trouble here. You alright? Yeah, I'm good. What the hell was Bill doing? He has long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. Ich bin noch später. We gotta hurry. We have to stop this train. That's what we're doing, kid. You don't drive on the ridiculous cornball train! You moving up? Großer Nadler. How are you doing then? I'm okay. If we don't stop this train soon, the other boys will never catch us. I know, just stay calm. Bleib mal cool, Alter. Was mach ich denn jetzt? Oh! Alter! Lass mich in Ruhe! Get's aufs Maul, Junge! Tschüss! I'm going to go! You have to stop this train! Yes, of course! And now... Huh. It goes! Oh, I have to shoot. Shit! More guards coming out of that train truck! Oh! Ooh, from the house! There better be some money at the end of this! All these bastards must be guarded, son! We ought to make you stand here! We need the car at the back, right? Yeah, he's pushing on them! Still okay? I think so. Good. We need to get out of this train! We need to get out of this train! Where is this train? You're good, kid! Where the hell are you from here? I don't know! I've got to get out of this train! I think so. I think that's all of them! We're gonna get out of this train! I know what's going on here! Hey! Hey! There's the other boys! Okay, so I'm not going to get out of this train. Oh, you're ready to go! We'll be right back! Maybe we'll be right back! Okay, we'll be right back! We're going to get out of here, guys! You're good! We're doing this! Um, I'm not going to get out of this train! Bring this up boys! Good shooting kid! I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here for this! Arthur, get over here! So, jetzt müssen wir mal irgendwie looten hier. Man, hier sind überall Kreuze auf der Erde. We don't have time to play games! Ja, ja. Klappe zu. Muss plündern. Ich glaub, die haben nur nun bei sich. Get over here! Ich geh mal zu ihm. Hey, wo ist er denn jetzt hin? Ganz da vorne, okay. Ja, ich komm schon. Wir sind auch nicht gut. Ja, wir gehen die Geld und gehen. Wir haben Leute, die in der letzte Auto zu holen. Ach, Schiit. Was sind Sie, die Jungs, planen Sie zu machen da? Hören Sie mich. Wir wollen keinen von Ihnen töten. Einen mehr von Ihnen. Ich gebe Ihnen meine Worte, aber glaub ich mir, wir werden. Ich arbeite für Leviticus Cornwall. Komm schon, Jungs. Wir haben unsere Worte. Okay, du hast es gefragt. Wir sind nicht öffnen diese Tür. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind nicht gut. Wir haben unsere Freunde blöde. Wir sind ein wenigstens. Das ist genug. Mr. Williamson, Mr. Morgan und Mr. Smith ein Dynamite. Sie zwei Jungs, gehen Sie die Tür öffnen. Ja, so hätte ich das auch gemacht. Hups. Ich leite. Ich leite. Wir wollen nicht töten. Wir wollen nur auf Ihren Bossen kommen. Geh auf da. Search that train. Lass mich rein. Ich will gucken. Ich will wissen, was da drin ist. Jetzt lass mich da rein. Ich darf nicht. Ach, jetzt. Schau an das Ort. Es ist wie ein Palast. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich gehe auf das andere. Ich gehe auf das andere. Oh, ja. Es sollte einfach als ein Kacke sein. Du kannst nur da stehen, Kind. Ich gebe mir ein Brandy. Ich bin ein Blatt. Ich bin ein Blatt. Ich und Arthur haben alle Arbeit gemacht. Ja, Kind hat gut gemacht. Ich habe dich nicht auf den Weg gebracht. Ich habe dich überrascht. Er ist gut. Ich gebe dir das. Okay. Ich habe dich überrascht. Wir schauen uns, ob wir das können. Ich habe dich überrascht. Was passiert, wenn du arbeiten für ein Kacke? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah! Da! See? Das ist wie es ist. Shit! Es ist nur ein Pile von Papern. Bond? Ich glaube nicht. Hier. Mach dich selbst sinnvoll. Zumindest wissen wir alle, dass du das kannst. Gib mir diese. Ich habe das jetzt extra nicht laut vorgelesen, weil die Jungs alle noch gebobbelt haben. Real-Broad-Contact, Invoices, bla bla bla. Hast du nichts? Nicht wirklich. Sugar-Importe aus den Spanischen West Indien. Ein viel Zucker. Einige feinste neue Bote aus Europa. Ich bin nicht mehr so lange als ich leben. Hast du alle die Schäuern und Kabinetts? Ja. Wie sieht es da aus? Hast du Glück, Arthur? Nichts noch. Was haben wir denn hier noch? Money. Das muss ich mir mal angucken mit dem Dead Eye. Okay. Das Attribut Dead Eye bestimmt, wie lange du Dead Eye aktiviert lassen kannst. Ja, das sagt mir jetzt nicht so viel. Schublade schließen. Also soll ich die eben wieder schließen? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Anleihe. Mhm. Ich glaube, ich habe volle Zigarren. Wie kann ich denn die benutzen? Da. Geil. Ja, äh. Okay. Das sah jetzt nicht so optimal aus, aber okay. Das war wegen meinem Völkengesicht. Ja, ich komme ja schon. Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Diese... Bonds. Die wert oder was? Oh, sicher. Bonds. 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 Ich denke, wir können sie ziemlich schnell verkaufen. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt kann ich das alles wegnehmen? Das Boot? Ja. Ich komme aus hierher. Was für sie? Was denkst du? Ich weiß nicht. Es ist egal für dich. Kill sie. Lass sie hier. Lass sie mit dir auf dem Boot. Echt sicher, dass sie keine Leute nach uns hinterlassen. Okay. Wir sehen uns zurück in der Kampen. Wenn du zurückkommst, wir gehen. Die resten von dir! Wir fahren! Tja Leute. Ist ja nicht so. Ich traue euch noch mal nicht. Tut mir leid. Okay. Kommt auf den Rad, schnell! Schau! Bitte nicht! Im Ernst du! Sagen Sie dennoch nicht! Ist der andere hin? Muss ich aber erwischen. Oh, der ist weg, glaube ich, ne? Ja, wie schnell ist denn der? Oh, kacke, jetzt ist er... Ah, ich hole... Okay, okay, okay. Ich muss aber die Jungs erschießen, weil ich böse bin. Tut mir leid. Nur darf keiner entkommen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ich stand auch ein bisschen scheiße, um die alle zu erwischen. Hauen wir jetzt anders. Hä, ich will schießen, Jungs. Okay, get on the train. Okay, get on the train. I thought we had a deal. Fuck, it's holen sie beide ab. Jetzt geht's nicht mehr. Kann ja nicht zulassen, dass uns da irgendwelche Typen verfolgen. Was hast du denn noch dabei? Gut, dann... Fahren wir mal den Zug weg. Oh, die Typen sind alle... despawned. Die leiden, die ganzen Leichen. Eigentlich wollte ich die noch plündern. Zumindest ein paar. Aber sind alle weg. Na gut. Halb so wild. Die hatten wahrscheinlich eh noch Munition. Let's go. Tschüss hier im Zug. Hat da doch noch einigermaßen geklappt. Ja, jetzt Beute zählen, oder wie? Bin ich ja mal gespannt. Wie viel Kohle da rausspringt. Bei so nem... Überfall. Ich glaube, man kann ja auch noch Kutschen überfallen und alles mögliche. Banken. Oh Gott, für den Herrn. Setz das Buch weg und geh in die Hölle. Mary Beth. Also, sind wir aus diesem Hölle raus? Wir werden versuchen. Das Wetter sieht stabil. Und wir haben nur eine Leviticus-Kornwall-Train. Wir haben Geld in unsere Pocken. Das Schlimmste ist hinter uns, gentlemen. So die Frage ist, wo jetzt? Ich weiß dieses Land ein bisschen. Ich habe gesagt, wir sollten uns in der Horseshoe-Overlook-Kornal-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train. Bring Hosea. Ich weiß, dass ihr zwei gerne über die guten alten Tage sprechen möchtet und was mit der alten Dutch-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train. Und hoffentlich etwas grünere Gefilde. Und hoffentlich etwas grünere Gefilde. Er macht sich. Er ist. Misscha! Ist doch, Boss. Ähm, Dakota? Ihr schaut euch mich hin терри, weiß 19,000 confirmed Reality-Train. Haben wir genug von diesen. Eu? Mit dem�uchen? �� Verr Wagner-Train-Train-Train. Komm, Jendolik. Dann kann ich mir dieseanaue-Train-Train-Train-Train-Train-Train. Ach, herrlich. Einfach mal diese Fahrt genießen. Oh, scheiße, ich muss die Gärlinge. Ich darf Kutsche fahren. Ob das so gut ist. Ja, das sieht nicht so toll aus da. Bravo, siehst du. Okay, wir schauen uns. Du bist gut, da hinten? Alles sieht gut aus? Was ist passiert? Ah, ich versuchte die Gärlinge. Okay, wir müssen es fixiert. Du brauchst Hilfe? Ich denke, wir können es tun. Okay, Charles, du und ich, du steigst das Ding auf, während du versuchen, die Gärlinge zurückzunehmen. Du bist noch stark genug, um zu steigen? Shut up. Ich sage nur. Ich sage nur. Geh die Gärlinge. Na los. Na los. Oh 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 Don't blame it on me Never forget this here's a con man Charles born and bred just cuz it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about So What happened to your trap? I don't even know if I have one at least not that I can remember My father was a colored man Oops Oh Wo muss ich denn jetzt hin? Ich schon mal auf der Karte bin Oh das ist noch ein gutes Stückchen Ups Er sagte mir, er lebte mit unseren Menschen für ein langen Ein paar Freemann haben wir gemacht, aber Als wir gefordert wurden, aus unserer Lande, die drei von uns fuhrten Ich war zu jung, dass ich mich wirklich daran erinnern Oh, das Leben habe ich auf der Wand Ein paar Jahre später, einige Soldaten haben meine Mutter Er hat uns irgendwo Arthur Ein paar Jahre später Vielleicht ist es ich, nicht ihn, aber wir sagten ihm, dass das Ferry-Job nicht richtig fühlt. Du und ich hatten eine reale Leid in Blackwater, die vielleicht funktioniert hat. Vielleicht. Es ist einfach nicht wie Dutch, dass er sich so verletzt. Manche Leute sterben. Das ist wie es ist. Es ist immer so. Ich? Du? Dutch? Wir haben alle in dieser Reihe von Arbeit lange Zeit. Und wir sind noch hier, also... Ich denke, wir müssen es richtig haben, und viel mehr als wir es falsch haben. Was hast du da gearbeitet? Ein bisschen Yaro und Genseng. Good für die Gesundheit. Better als das was du in der Küche kaufen. Ja, du kannst alles haben. Ich bin auf dem Punkt, wo ich es mit meinen Augen öffnen kann. Okay, danke. Cool, ich habe schon ein Bad. Kerne. Ich habe mal ein bisschen Gas hier. Kompendium. Oh, das würde ich aber jetzt nicht lesen. Irgendwelche Kräuter, die mir irgendwas wieder auffüllen. Irgendwelche Kerne. Nö, die wollte ich gar nicht rein. Ich bin auf dem. Ich bin auf dem. Ich bin auf dem. Ich bin auf dem, Schatz. Ich bin auf dem Weg. Wir müssen auf den Weg mit ein wenigstens. Danke. Was denn? Warum sollte ich denn jetzt? Warum soll ich jetzt stehen bleiben? Achso. Was soll ich da lang? Was soll ich da lang? Was soll ich da lang? Nein, es war gut. Das ist ein guter Ort. Ich glaube, das wird für uns funktionieren, Arthur. Für jetzt, irgendwie. Oh. Oh. Ja, wir haben überlebt. Wir haben den Zug erfolgreich überfallen, auch wenn es nicht so ganz glatt gelaufen ist. Und wie wir das Lager aufbauen und so weiter, was hier abgeht, das sehen wir dann leider erst in der nächsten Folge. Bis dann! Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.